Hongkong und die ganze Welt stehen vor einem der wichtigsten historischen Augenblicke des ausgehenden Jahrhunderts. Die Rückgabe Hongkongs an China nach eineinhalb Jahrhunderten als britische Kronkolonie. Auf den Straßen von Hongkong tobt ein Krieg. Zwischen Verbrechern, die die Stadt beherrschen und Terroristen, die die Welt bedrohen. Ein Mann gerät zwischen die Fronten. Und er braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Sie ist ein Bulle? Du hast mir nicht gesagt, dass sie ein Bulle ist. Und los! Du bist also ein Spion, ja? Wir arbeiten für den Start. Wir sind vom 411. Das ist keine Knopfzelle, sondern eine der modernsten Minibomben. Können die zuschlagen, wo sie wollen? Sie werden diese Minibomben in Radiowecker-Stereoanlagen sogar in Kinderspielzeug einbauen. Und wenn diese Dinger verbreitet sind, dann sind sehr viele Menschenleben in Gefahr. Weißt du, was du getan hast? Es ist ganz klar eine Sache zwischen euch beiden. Wenn du also auf ihn zielen könntest... Ich will alleine sterben, bitte! Du hast mich belogen! Ich sende ein Funksignal und goodbye Yellow Brick Road. Goodbye Yellow Brick Road? Sie sollten sich mal neue CDs kaufen. Das ist der von vorgestern. Jean-Claude Verdammt in seiner gefährlichsten Rolle. Knock-Off, der entscheidende Schlag. Demnächst im Kino.